Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier in diesem komischen neuen Gebiet angekommen und ja, ich habe erstmal eine kleine Änderung vorgenommen und hoffe, dass das jetzt ein bisschen sinnvoller wird mit dem Kämpfen. Und zwar habe ich das automatische Anvisieren rausgenommen, in der Hoffnung, dass das jetzt alles ein bisschen besser funktioniert dann. Oh, was geht denn mit dem ab? Okay, so in der Hoffnung, wie gesagt, dass das alles ein bisschen besser funktioniert und ähm, nachdem ich ja, ach ja, das war ja der Typ da drüben, nachdem ich jetzt ein bisschen, ähm, ja, die ganzen Sachen mal auf mich habe wirken lassen und die ganzen Sachen durchgerendert habe, ist mir noch sind dann auch so ein paar Sachen aufgefallen. Erstens habe ich gesehen, dass da drüben man, dass man da irgendwie drüben noch hin kann und ich will nur mal gucken, was es da gibt. Oh, hallo Freundchen. Zweitens, ähm, hatte ich gesehen, das fand ich gar nicht mal so uninteressant, dass diese Kugel aus der, aus der zweiten Folge, wie ihr euch vielleicht erinnert, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ich war mir nicht sicher, und zwar diese Kugel aus der zweiten Folge hatte ich das Gefühl, dass die diese Wand geöffnet hat, wo wir dann schließlich den Typen mit dem Schlüssel gefunden haben. Und drittens, ich hatte ja in der letzten Folge kurz mal angemerkt, dass ich gar keine Ahnung habe, was wir jetzt eigentlich machen sollen, aber das stimmt natürlich nicht. Ähm, uns wurde ja ganz klar gesagt, wir sollen hier hingehen und diese komische Glocke läuten. Insgesamt sollen wir ja zwei, ach, das sind zwei Ritter, hä? Insgesamt sollen wir ja zwei dieser komischen Glocken läuten. Und ich schaue mal, ob ich was gegen die mit der Brandbombe nicht tun kann. Friss das, Junge! Oh ja, okay, Brandbombe ist äußerst effektiv. Dann schauen wir mal, ich hoffe, es lohnt sich wenigstens hier hinzugehen, muss ich ehrlich sagen. Zack! So. Oh ja, es läuft doch heute schon wesentlich besser. Nach ein bisschen kurzen Ausruhen geht das doch alles schon wesentlich besser. Also wie gesagt, wir müssen ja in diese zwei Gebiete, deswegen gab es wahrscheinlich auch zwei Wege, um diese zwei Glocken... Oh, ein Geheimnis, hä? Um diese zwei Glocken zu läuten, siehst du, es lohnt sich immer, diese Pisten zu zerstören. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da nicht was finden. Auf jeden Fall habe ich gerade wieder gemerkt, die Brandbomben scheinen äußerst effektiv zu sein. Da werde ich mal gucken, dass ich die aber nur einsetze, wenn es sich wirklich lohnt. So, was haben wir hier? Es sind auf jeden Fall viele Nachrichten. Hinterhalt. Ha! Will ich dann weiter? Ist hier hinten dann irgendwo einer? Versuch's mit was? Ich habe keine Ahnung, was meint er mit Untote? Was ist das? Die Fässer sehen komisch aus. Ist das der Hinterhalt? Wenn ich hier lang gehe? Ah! Hallo, Freundchen! Okay. Gut, ganz ruhig. Achso, was ich noch machen wollte. Was mir gerade erst wieder einfällt. Was ich eigentlich noch machen wollte, ist, ähm, den Helm wieder ablegen. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist zwar, der hat zwar, also wenn ich das richtig, ähm, interpretiert habe, den besseren Schutz. Aber die Wandererkapuze ist bei allen anderen Sachen eigentlich besser. Und auch wenn ich keine Ahnung habe, was die anderen Sachen bedeuten. Und ich wollte noch mal gucken. Ah, guckt mal da. Ich habe es. Okay. Physische Abwehr. Ähm. Ah, okay. Physische Abwehr ist der besser. Ach, hier steht... Ach, Moment. Hier steht, ob sich das verbessert oder nicht oder wie. Kann das sein? Alles, was blau ist, verbessert sich. Also Blutresistenz... Bluten- und Giftresistenz geht hoch bei der Kapuze. Robustheit geht hoch, was auch immer mir das bringt. Die wiegt natürlich nicht so viel. Die Magieabwehr geht generell hoch. Aber alles, was mit Schlägen und so zu tun hat, scheint runter zu gehen. Achso, naja, klar. Die physische Abwehr ist ja schlechter. Und die Balance geht runter. Ach, wisst ihr was? Dann behalte ich doch den Helm. Okay, dann habe ich aber zumindest jetzt eine halbwegs ordentliche Ahnung. Äh, okay. Ich habe übrigens auch rausgefunden. Das habe ich beim Rendern auch bemerkt. Beim letzten Mal hatte ich ja einmal kurz Probleme, dass ich nichts blocken konnte. Da war ich einfach noch in diesem komischen Menü obendrin. Und da kann man natürlich nichts machen, was natürlich äußerst blöd ist. So. Ich frage mich, sollte ich jetzt hier lang gehen? Wie gesagt, das da drüben. Ich weiß nicht, ob das der Hinterhalt war. Alter, bleib doch mal weg. Ob das der Hinterhalt war oder ob der noch kommt. Ah, hier geht es sogar noch weiter runter. Alter, hier gibt es so viele Wege. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig gehen. Da sind auf jeden Fall... Alter, sind das viele. Okay. Aber die sehen... Ach du Scheiße. Ich springe auf einmal an. Alter, was macht... Was ist denn das Ding kaputt? Okay. Muss man bloß ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, ich weiß nicht, was diese komischen Fässer machen. Nein! Ach, scheiß Wand. Okay, kurz was trinken. Einfach gegen die Wand gehauen. Na, komm her. So. Wer der erledigt? Ich weiß noch nicht. Diese Fässer, die sehen halt so ein bisschen gefährlich aus. Ne, okay, sind ganz normale Fässer. Dann hatten die nichts. Dann war wahrscheinlich der Hinterhalt wirklich das, was ich gesehen habe. Dann weiß ich aber immer noch nicht, ob jetzt das hier der richtige Weg ist oder der andere. Hm, na gut. Dann komm mal her. Huch, was war das denn? Wie habe ich denn das jetzt gerade gemacht? War das der Konter? Der einmal kurz erwähnt wurde beim Inma? Naja, ist ja egal. Läuft aber gerade relativ gut, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze nochmal so ein bisschen auf Milch wirken lassen. Und scheinbar hat sich das... Hat das geholfen. Aber ich meine, noch... Noch kann es ja auf jeden Fall schlimmer werden. Das Schlimme ist, ich habe... Dass der Weg bis hierhin relativ lang ist. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, hätte ich ein Problem. Dann müsste ich den ganzen Weg nämlich nochmal laufen, um alles wieder einzusammeln. Wurfmesser, aha. Kann man doch dann bestimmt auch benutzen. Ja, da bin ich ja gespannt. Die funktionieren wahrscheinlich genauso wie die Brandbomben. Das heißt, anvisieren und dann kann ich da voll mit was machen. So, und da unten, das ist... Kann ich da rüberspringen? Lohnt sich das? Ich glaube... Lohnt sich das? Ich will es jetzt... Ach, Moment. Ich kann doch gar nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich springen kann. Und wenn ja, ob ich es bis da rüber schaffe. Ne, lassen wir das. Ich weiß ja immer noch nicht, ob ich springen kann. Okay. Aber dann hätten wir hier ein paar Wurfmesser gefunden. Die können auf jeden Fall, denke ich, auch ganz hilfreich sein. Wir haben ja noch keine Fernkampfwaffe, außer die Brandbomben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Brandbomben scheinen echt äußerst effektiv zu sein. Die will ich mir vielleicht lieber noch ein bisschen aufheben. Habe ich fast das Gefühl für wirklich schwere Stellen. Ich hatte sie jetzt einmal bei den Rittern halt benutzt, weil es halt zwei so eine Ritter waren. Und gleichzeitig war das dann... Achso, hier war doch irgendwas mit Untoten, sagte der. Und gleichzeitig habe ich da rausgefunden, dass also die alle relativ schwach dagegen sind. Oh, da ist ein Typ. Der sieht irgendwie komisch aus. Ich hätte jetzt erst gedacht, das ist ein Gegner, aber es scheint ein Typ zu sein. Ah, das ist ein Händler, okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Reden, wir gucken erst mal, was hat der denn? Reparaturpulver. Ach, die Waffe kann auch noch kaputt gehen, der Klasse. Wurfmesser, blockiert bedingt Estus. Warum sollte ich das haben wollen? Oder beim Gegner? Nachricht verfassen. Achso, damit kann man die Nachrichten verfassen, alles klar. Äh, steht hier irgendwie... Ach, da steht wie viel das kostet. 100? Keine Ahnung. Ne, das kostet 500, hä? Hä? Ich raff's grad nicht, weil... Ich raff grad nicht, was das macht. Wie das funktioniert. Hä? Also, wie der Preis da jetzt steht, weil... Wenn ich von hier unten anfange, nach oben zu gehen, beispielsweise auf Lloyds Talisman, da steht da nötige Seelen 10 im Besitz. 10. Dann nötige Seelen 50. Aber wenn ich hier hochgehe... Achso, da zeigt er mir die 4 an. Das heißt, für das hier oben brauche ich 500. Für das 10. Für das... 50. Aber wieso habe ich nur 5? Ich denke, ich habe 10 im... Achso, nein, das ist wahrscheinlich wie viele von den Dingern ich im Besitz habe. Ah, okay. Genau, dafür brauche ich 100 Seelen. Nur damit ich Nachrichten verfassen kann. Ne, danke. Hat er noch irgendwas Interessantes? Irgendwelche Schlüssel? Ah, die scheine ich mir nicht leisten zu können. Reparaturkiste. Also scheinbar können Waffen kaputt gehen. Das gefällt mir eigentlich gerade nicht, muss ich sagen. Woran sehe ich denn, wie kaputt meine Waffe ist? Hier haben wir auf jeden Fall eine verstärkte Keule. Wäre auf jeden Fall stärker. Und da hätten wir auch einen Bogen, aber der ist zu teuer. Ein Bogen wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ja gut, Pfeile kann ich dann erstmal. Und da haben wir Sachen. Ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll ist. Das ist das Problem. Na, klasse. Wie der mal lacht. Okay, ich glaube, wir verlassen es erstmal. Das Problem ist... Danke. Ich weiß halt noch nicht, inwiefern da irgendwas was bringt. Oh, du wieder. Ich hoffe, du hast viel Seelen gebracht. Das ist mein Problem gerade. Ich sehe noch nicht so wirklich... Ich könnte halt Rüstung... Rüstung ist auf jeden Fall nie verkehrt, ne? Aber da hätten wir jetzt Kettenhemd... Das Problem ist, kann ich sehen. Ich kann aber leider... Ja, und das ist jetzt natürlich das Problem. Ich kann jetzt leider nicht sehen. Inwiefern mir das... Mich das verbessert. Wahrscheinlich verbessert mich das. Aber ich bin halt unsicher. Und ich würde... Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Apropos, was steht hier denn eigentlich? Vor dir Lügner. Oh. Okay. Dann passe ich bei dem vielleicht sogar noch ein bisschen auf. Ähm. Und die Sache ist... Steht hier irgendwo... Ähm. Wie sehr der... Kaputt ist. Ist das die 134? Die zeigt, wie sehr der kaputt ist. Robustheit. Ja, wahrscheinlich das. Okay, dann ist der ja noch relativ sicher. Wahrscheinlich ist das das, was... Okay. Was mich nochmal kurz interessieren würde, wäre eigentlich folgendes. Kann ich das Ding auch hier hinlegen? Nur mal kurz gucken. Achso. Moment. Aha. Okay. Das wollte ich nur mal gucken. Ich meine, es bringt mir jetzt noch nichts. Aber das heißt, man kann theoretisch zwei Waffen führen. Alles klar. Finde ich cool. Wie gesagt, bringt mir momentan eigentlich noch null. Aber okay. Gut. Hätten wir den kleinen Teil... Den kleinen Ausflug, wie gesagt. Den wollte ich nochmal kurz machen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt nicht dahin weiterkommen, wo wir beim letzten Mal ziemlich mies verreckt sind. Moment. Tot. Na, danke. So, da sind wieder die dummen Brandbomben. Problem ist, ich glaube, ich kriege die von hier nicht anvisiert. Die kommen aber auch bald mit ihren Scheißteilen. Okay, ich glaube, ich laufe einfach durch. Und hoffe, dass ich die Typen da vorne jetzt halbwegs umgehauen kriege. Ach du Scheiße, da kommt da ja schon der Erste. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Weich aus, verdammt. Wie mache ich die denn jetzt? Ich glaube, ich laufe erst mal. Und versuche die irgendwie rauszulocken. Oh, guckt mal, da unten ist noch ein Toter. Und trinke erst mal was. Okay, ich habe sie auf jeden Fall rausgelockt. Ach, Scheiße. Ah, trinken. Das war klasse. Das hat sich übelst gelohnt, habe ich das Gefühl. Okay, ich muss die erst mal irgendwo hinlocken. Wo ich ganz kurz, ganz sicher kämpfen kann. Okay, vielleicht sollte ich die blöden Brandbomben benutzen. Das mit dem Umschalten ist nicht einfach. Da, frisst das. Oh, der kann die blocken. Das macht es nicht einfacher. Okay, ganz ruhig. Alter, die sind aber ordentlich stark. Kann man die Typen eigentlich auch irgendwie wechseln? Relativ. Oh nein. Das wollte ich nicht. Wollte eigentlich einen Trank einnehmen. Aber okay, hat irgendwie geklappt. Okay, ich muss das mit den Sachen noch halbwegs lernen. Aber insgesamt haben wir es jetzt geschafft. Das reicht mir erst mal. Okay, gut. Die werden erledigt. Dann schnell weiter. Bevor die mich hier irgendwie treffen können. Ich halte es nicht aus. Na, danke. So. Lässt sich, natürlich lässt sich alles von dieser Seite nicht öffnen. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich an die dummen... Die kommen immer noch von oben, ne? Aber hier dürften sie mich ja eigentlich nicht treffen. Uh, hallo Freundchen. Oh, man muss immer aufpassen. Hier kommen überall die Typen raus auf einmal. Hat mich da gerade was angegriffen? Irgendwas sch... Irgendwas schwingt doch hier seine Waffen. Vielleicht sollte ich die Dinger aber nicht mit meinem Schwert kaputt machen. Am Ende macht das noch das Ding weiter kaputt. Das wäre natürlich kacke. Man kann die doch auch umrollen, oder? Hatte ich gesehen in dem Kampf. Ja, dann rolle ich die jetzt immer um. Das geht sowieso schneller. Oh, ne Truhe. Ja, untersuch mal. Schwarze Feuerbombe, aha. Ne, Moment, ich möchte dagegen rollen. Alles klar, okay. Wahrscheinlich eine stärkere Variante. Würde ich jetzt einfach mal tippen. So, Frage hier lang. Uh. Tag, Freundchen. Na, komm rum. Komm rum. Komm rum. Okay, aufpassen. So. Ich weiß nicht, sollte ich... Ich glaube, ich nehme mal lieber so einen komischen Flakon. So, denn jetzt kommen die Brandbombentypen von oben ja wieder. Ach, du heilige Scheiße. Hallo, Freunde. Scheiße, daneben. Okay. Ach nein. Brandbombe. Den da bitte. Den anderen bitte. Und zack. So, jetzt du bitte. Und zack. Alles klar. Okay, mit ein bisschen Konzentration kommt man hier eigentlich ganz gut durch, denke ich. So schwer ist es. Nein, 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 nein. Das werde ich nicht sagen. Ich werde nicht sagen, so schwer ist es nicht. Das wird mein Tod sein. Das sehe ich jetzt schon. Das Schlimme ist, ich habe gerade so viele Seelen und ich hasse es, wenn ich die jetzt verlieren würde. Schützenposition. Da unten sehe ich Typen. Was war das? Von oben? Alles klar. Okay. Ob Nachricht oder nicht, wäre ich hier sowieso reingegangen. Komme ich darüber? Ach, guckt mal, da ist eine Leiter. Ah. Die eine Seele, ach, die eine Tod, den einen Toten habe ich irgendwie immer noch nicht. Aber okay. Dann kann ich die Typen nämlich runterholen hier. Habt ihr euch verdient, ihr Wichser. Moment, komme ich überhaupt? Moment, haha. Passt mal auf jetzt hier. So, wie viel Schaden macht denn so ein Messerchen? So, hier. Freunde. Und zack. So. Habe ich den vollen Kopf gerade getroffen? Geil. Haha. Alles easy. Wie gesagt, ich sollte es nicht zu oft sagen. Das nächste Mal bin ich tot. Vielleicht sollte ich meine ganzen Sachen nicht so einfach verbrauchen. Das Problem ist halt, sollte ich einmal sterben, sind die Typen ja sowieso wieder da. Das heißt, ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich nicht zu viel sinnlos irgendwie verschwende. So, den Schützen oben habe ich eliminiert. Jetzt kommen die beiden. Das sind zwei Ritter. Zack. Fresst erstmal den. Dann ist es nämlich nur noch einer. So, Freundchen. Oh, da ist noch einer. Hallo. Okay, dann muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Zack, 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 zack. Alles klar, so schwer sind die gar nicht. Man muss bloß ein bisschen aufpassen halt, ne? Ha. Das läuft eigentlich gerade. Ach, scheiße. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Scheiße. Ja, das wird sofort bestraft, wenn ich mal ganz kurz nicht aufpasse. Man ist halt relativ schnell tot, ne? Das ist immer noch das große Problem. Mein Schild verliert wahrscheinlich auch an, ne, an Haltbarkeit. Okay, der kann blocken. Nein! Nein, 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 nein. Alles klar, ganz ruhig. Ich hoffe, irgendwann kommt die nächste, kommt das nächste Leuchtfeuer. Apropos Leuchtfeuer. Wir sollen ja immer noch dieses eine, also die eine Mission hieß ja immer noch das Leuchtfeuer entfachen, ne? Ähm, wir haben ja jetzt irgendwie ein Leuchtfeuer beim letzten Mal entfach, aber... Oh, eine Rüstung, gut. Aber, äh, ich weiß nicht, ob das das Leuchtfeuer war, was wir eigentlich entfachen sollten. Ne, Moment, das war Status. Da. Okay, wir haben eine neue Rüstung. Die hält zwar nicht so lange, wie ich sehe. Okay, schauen wir mal. Also, die erhöht natürlich das alles. Verringert unseren Stoß und verringert diese Blut- und Giftresistenz. Erhöht unser Gewicht und verringert die Magieabwehr, aber da bisher noch nie jemand so wirklich mit Magie angegriffen hat. Oh Gott, sieht das hässlich aus. Ich will meinen Ohrmagen wieder, aber es hält halt... Wir halten halt mehr durch und das ist mir momentan irgendwie wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Da ist eine Kiste. Komme ich zu der Kiste? Und wenn ja, wie? Ach, so viele Wege. Alter, sieht das hässlich aus. Darf ich das mal erwähnen? Ich suche. Ich hoffe immer noch... Ach du Scheiße. Was bist du denn? Mal sehen. Im Notfall kann ich immer noch wegrennen. Hä? Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, den können wir vergessen. Juhu, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Mich kannst du voll vergessen, Freundchen. Alter, der ist ja schnell, oder? Ich glaube, den kann ich so vergessen. Alter, der kommt mir aber auch bis sonst wo hinterher. Lass ab von mir! Wie komme ich zu der da unten eigentlich? Aber ich glaube, das ist gerade mein geringstes Problem. Lassen die auch irgendwann von einem ab? Ist meine große Frage gerade. Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Scheinbar nicht. Das heißt, ich werde gleich sterben. Ich sehe das kommen. Huch! Was war das denn? Äh, wo kommt ihr jetzt? Das ist jetzt irgendwie kacke gerade. Der andere ist mir nämlich auch noch auf dem Fersen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich hätte irgendwo eine Leiter runter sollen. Eine Treppe. Ich frage jetzt, ist der andere mir noch auf dem Fersen? Wenn ja. Da. So, und wo ist der mit der Brandbombe? Keine Ahnung, ist mir jetzt scheißegal. Okay. Ist der Typ mir noch auf dem Fersen? Oh, ein Kurzschwert. Geil. Moment. Wie viel macht denn das Kurzschwert? 78. Wisst ihr was? Dann mache ich es wirklich so. Dann lege ich das Kurzschwert mal da hin. Dann können wir eventuell halt mal gucken, wie das mit zwei Waffen geht. Ah ne, ich kann nun blocken mit der zweiten Waffe? Ne, ich kann auch zuschlagen, aber nur so ganz leicht. Äh, naja gut, lohnt sich nicht so wirklich. Aber dann habe ich zumindest eine Waffe für den Notfall. Versuch's mit oben, was? Ach, scheiß drauf. Okay, ich hoffe, der Typ hat sich jetzt, äh, verpisst wieder. Vor mir Falle? Ich war hier doch schon. Ja, er verpisst sich wieder. Ich bezweifle, da der gerade fast null Schaden von dieser blöden Brandbombe bekommen hat, bezweifle ich mir mal ehrlich gesagt, ob das ich den überhaupt schaffen würde. Vor allem auf so engem Terrain hier. Vielleicht ist er machbar, aber er sah mir gerade zu schwer aus. Ich glaube, den lassen wir erst mal sein. Aber, ich würde sagen, wie wir uns dann weiter da drüben umsehen und mal schauen, ob wir hier irgendwie durchkommen. In der Hoffnung, dass wir das schaffen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Bis dahin. Ciao. Ciao.